Fussel, hilfst du, Frauchen, beim Auspacken? Fussel! Fusselchen, alter Mann! Hilfst du, Frauchen? Hallo ihr Lieben, ich habe eine wunderschöne Post von der Edeltraut bekommen. Die wirst du nicht schlafen können. Lauter, kleine, süße Schafe. Die sind ja mal Hammer. Danke für deine lieben Worte da drin. Einen Zauberstab hast du mir mitgeschickt. Ich darf auch einen. Den muss ich ja mal ausprobieren. Nein? Nein, den hier. Muss ich echt mal gucken. Habe ich noch nicht von dir gehört. Also von einem Zauberstab schon, aber nicht von dem. Und du hast gesagt, eine Strickgabel. Das wird diese denn sein, oder? Ich probiere das. Ich zeige dir das. Und so hammer schöne Wolle. Also zwei Pakete voll. Das fetzt dir hier. Ist die schön? Die ist schon alleine wie ein Schaf. Ja. Genau, aber bloß noch ein paar Oben dran. Noch ein paar Oben, ein paar Beine dran. Guck mal, Fussel. Mein Schäfchen. Nein, du kriegst das nicht. Du isst mein Schäfchen auf. Jetzt sind ja auch meine Farben, wa? Franzenwolle. Nein, aus Franzenwolle bekommst du nichts. Für meine Flauschfussel. Aber hier. So viele schöne. Alles schöne Wolle. Ah, hier ist noch ein kleiner Strickring. Dankeschön. Noch mehr Franzenwolle. Und wieder viele Sachen. Witzige Franzenwolle-Socken? Oh, guck mal. Sieh, ist gut. Da ist Glitzer dran, wa? Da ist Glitzer mit dran. Wie sind sie denn da? Woher kommen sie jeweils mit Glitzer zu gucken? Ist denn cool? Die hast du ja lieber da. Oh, da sind auch da Glitzerblümchen mit dran, ne? Kann man dich sehen? Oh, oh. Hallo. Wie die wusste auch kommen, dass du irgendwas mit Glitzer hier ne hast? Versteig auch nicht. Oh, das ist natürlich auch schön, wa? Ich würde ja sagen, ich strick dir davon was. Aber du möchtest von mir nicht gestrickt. Das schon schwägt dir. Ach so, ich möchte so nach dir stricken. Du, ja? Aber ich glaub, Edel traut nicht. Die lacht sich kaputt. Das glaube ich nicht. Da ist ein Delfin dran. Guck mal. Auch schöne Wolle, wa? Kann ich die in meiner Kaju machen? Cool, diese Bändchen. Wir sind Wollmessis. Oh, ja. Glitzer und Wollmessis. Oh, das ist auch ne schöne Farbe. Edel traut strickst du gar nicht mehr. Oh, wie schön. Und hier nochmal. Da hab ich schon Edel traut dran gemacht. Da sind überall kleine Anhänger dran. Die sind wie eine Wolle. Wenn ich Wolle kaufe, da sind keine Anhänger. Da sind überall schöne Anhänger dran. Die hat's so rangemacht, stimmt's? Da ist so ein Päckchen drin. Für Ramona. Mhm. Puzzle, guck mal. Für Frauchen. Damit mir ein Licht aufgeht. Und lauter kleine pinke Rosen. Meinen Sie mir nur Licht auf? Und deine E-Mail kann ich dir endlich schreiben. Das ist schon mal schön. Vanille. Vanille-Zielichter. Oh ja, Vanille-Zielichter. Oh ja. Oh ja. Du kriegst die nicht. Oh ja. Die können hier in mein wunderschönes Glas reingucken. Ja. Warten. Nicht. Ich hab nicht abgefackelt. Im wievielten Haus wohnt ihr jetzt? Im zweiten. Seht da. Seht da. Geht da. Geht da. Häuser, die nicht so feuerfest sind. Das ist nie meine Schuld. Nein. Meinst du, die sollten mir lieber LED-Lichter schicken, oder? Oh ja. Das wird auf einem Feuer. Oh. Hier ist wieder so eine schöne selbstgemachte Tasche. Das ist cool. Meine andere, die liegt hier immer bei mir. Da hängt immer meine kleinen Utensilien drin. Ah, das ist das mit dem Magnet. Mit der Zissix hab ich auch so eine kleine Box hingestanzt. Aber ich hab nichts gefunden, womit ich die richtig zumachen kann. Wir haben alles mögliche ausprobiert. Von Klettverschluss, dann hab ich so ein Magnet-Klebeband. Das ist cool. Das ist cool. Ein lecker Teechen. Erfrischend, würzig, herrlich süß. Teebären, Pfefferminz. Teebären? Teebären. Oh. Ich rieche durch die Packung, Fussel rieche ich mal. Teebären, echt Teebären. Teebären. Ich will noch Pommes gern. Zuckerbolts. Pass auf. Der passt. Fussel geht, der riecht die Minze. Fussel, du wirst ja nicht, was gut ist. Marokkanisch. Du wirst die Weltwasserminze? Ja. Ich denke, ich muss noch einen Tee trinken. Siehste. Wir waren grad beim Inder. Hätte ich auch Tee noch trinken können. Vielen Dank. Mhhh. Ich finde ja diese Sachen hier immer so schön. Ist immer niedlich. Kann man alles reinpacken. Wie gesagt, mit den Magneten ist es natürlich cool. Diese ganz normalen kleinen Magneten sind so flach. nicht so flach. Und der hat noch mehr Wolle gekriegt. Pass mal auf. Ich wolle messen. Schieb mir mal den anderen Karton rüber. Mhhh. 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 Ja. Nochmal. Ein riesen Karton voll. Wir sind Wollsuchtis. Oh ja. Oh ja. Der stöhnt. Der ist so satt vom Inneren. Der kann nicht mehr. Oh ja. Mhhh. Guck mal hier. Nein, davon kriegst du nicht. Ohhhh. Da ist so viel drin. Boah. Da können wir was schönes von machen. Hier ist aber was für dich. Das sind deine Farben. Da auch. Mhhh. Mhhh. Hier ist wieder so ein schönes. Oh, hier ist eine Mietze Katze dran. Mhhh. 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 Die hat sie alle da ran gemacht. Mhhh. Die Fransen. Passend zur Fussel. Die sind so schöne. Guck mal. Stricken leicht gemacht. Die fetzt ja hoch. Was ist denn das? Luna. Die fetzt ja hoch. Hahaha. Ist das cool. heißen da ist ein pilz dran ganz viel kann ich aber für ihre schneeflocken abgeben wurde es zum garnwatter für geht graubräuk für dich für mich noch mehr grau du kriegst doch mehr aber dafür habe ich glitzer weiße wolle so schön ganz viel und ganz vielen dank jetzt noch was für mich das ist ein vögelchen drauf vielleicht heißt es auch so alle gute das kann natürlich auch sein oder du hast einen vohol nein aber das mit dem sauberstab muss ich mir echt mal angucken und mit dem mit der strickgabel du willst dir meinen zauberstab angucken? ja wenn ihr auch einen weißen und schwarzen gummi daran habt das kriecheln ich sehe schon batterien irgendwas leuchtet noch ein zauberstab? leuchtstab, ja? glaube ich aber nicht uh, ein weihnachter warte, ich mach da ich mach da guck mal, tricke dann ja, guck mal, tricke dann guck mal, da kann ich mir die kerzen rein machen schön, wa? ja, aber welche ohne feuer nein, dafür hat sie ja die reingepackt guck mal, dafür sind die siehste da ist da schon eine lichterkette drin, da braucht doch nicht mehr licht doch, wir Frauen brauchen das doch, wir Frauen brauchen das und das ist so cool, das kannst du zu jeder jahreszeit selbst dekorieren wir werden jedes Jahr zum Feuerwehrball eingeladen, weil wir die besten Kunden sind das ist wirklich, wirklich schön vielen lieben Dank dafür alles, was leuchtet, ist meins ja das ist schön mit Tanne drin cool, wa? ja, das sieht schön aus wir brauchen ja kein Adventsgestick genau stellen wir das hin, schlicht und schön auf den Tisch ja das ist echt hübsch und die Vanillekerzen duften mhm ey, du weißt mhm das ist so eine süße Karte wieder mhm vielen Dank, liebe Edeltraut ich werde dir morgen gleich mal Mehl schicken mhm bedanke ich mich ganz lieb gleich mal Geburtstaste schenken, siehste ja weißt du mir schon, was du mir alles schenkst nein ich soll dir was schenken ja ja mhm ich werde am Montag uralt mhm ich könnte dir ein paar Bremsjäbel schenken mhm ich dachte du kommst ja mit dem Rollator oder so mhm ne, was könnte ich denn noch mehr brauchen ein Gutscheid für Motorradteile den schenkst du mir den schenkst du mir das ist ja auch schön und wir, du bist nicht dankbar ich schenke dir dann auch zu Weihnachten einen Kochtopfset ne Bratpfanne genau Teebären was denkst du denn, wer die Erdplatte da gekriegt hat hat er die Introduktions-Erdplatte die hat er gekriegt, den Haik ihm geschenkt mhm und Weihnachten kommt auch noch da musst du mir auch was schenken dies Jahr noch? hm ich muss dir was schenken na klar ich häkel dir auch eine Mütze ich häkel dir auch einen Anzug für dein ganzes Motorrad aha das möchte ich sehen ne Motorradgarage sozusagen mhm na gut mit häkeln ist die so doll aber aber ich werde das mit dem Zauberstab ausprobieren mhm das muss ich mir ja echt mal da freu ich mich auf ich auch und mit der Gabel auch na die Gabel musst du auch nicht suchen wenn ich mitbeug Frieda Frieda Schätzchen guck mal guck mal da sag mal hallo die ist voll begeistert Frieda 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 ist nicht begeistert weil Fussel oben zwischen fliegt komm hier rüber die mögen sich nie so Frieda ist auch eine Frau und Fussel ist ein alter Sack von daher wie bei uns mhm genieß den Abend und die Restwoche ich muss morgen nur in den Tag und dann ist für mich Wochenende Gott sei Dank wir sehen uns bis jetzt bis jetzt bis jetzt bis zu » Vielen Dank.